Kinderspiel So, ihr geht mal aus dem Weg, damit wir hier den Steinbruch errichten können. Niet half zur Ehre. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Auf mein Kommando, in die Schlacht! Das Gebäude ist fertig. Hier, folgt mir. Und ja, ich hätte einfach am Anfang vom Wintertal schon einen Safe machen sollen. Mache ich ihn halt jetzt. Das war jetzt nämlich schon der, glaube ich, zweite unnötige Tod, den wir gekriegt haben. Gibt es Arbeit? So, den Platz hier muss ich halt ausnutzen für... Nahrungsproduktion, deswegen werde ich das kleine Haupthaus hier unten errichten. Hier, zum Angriff! Während wir hier schön Gegner verprügeln und leveln... Ah, ich brauche mal wieder Verteidiger dann. Oh, der da ist übel. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Halte durch, Männer! Kommt her! Auf mein Kommando! Kämpft, Männer! Geht so in Gefahr! Geht so in Gefahr! Stand halten, Männer! Fahrt mich doch! Bereit! In die Schlacht! Also, dass so einer jetzt angewatschen gekommen ist, das war nicht so schön. Geht so in Gefahr! Auf mein Befehl! Halte durch, Männer! Zu euren Diensten! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Kommt her! Auf mein Befehl! Geht so in Gefahr! Los, zum Angriff! Okay. Bereit! Und los! Auf mein Kommando! Oh! Und los! Auf mein Befehl! Achso, dann könnte ich mal herbeirufen. Zu euren Diensten! Alles klar! So, jetzt habe ich einen Wolf. Ah, aber... Ich habe jetzt hier einen neuen Wolf. Kann ich aber noch nicht benutzen. Er wünscht... Ähm... Ja, gut. Einen Steinmetz wünsche ich. Schon so gut wie erledigt. So, geht so ist zurück. So, geht so ist zurück. Das Gebäude ist fertig. Ja gut, mein Wolf bringt so gut wie nichts. Hier errichten. Was? Ich kriege da keine Mondsilvermine hin. Doch, ich kriege eine Mondsilvermine hin. Ja, dann... Hier ein Nahrungslager irgendwie errichten. Das wird ein Meisterwerk. So, da brauche ich nochmal sechs Zwerge. Auf mein Befehl! Knochenvermine. Kommandos! Auf mein Kommandos! Für die Freiheit! Ich frage mich gerade, ob Gegner eigentlich auch Geld bringen. Oh, die sind doch beide Attributspunkte mal steigern. Das hätte mir schlecks geholfen. Ja, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ob mir das Geld bringt. Schon so gut wie erledigt. Ihr wünscht... Niet half zur Ehre. Was wollt ihr? Ja, was? Muss er gerade gucken für Verteidiger. Wräuchte ich eine Schmiede und eine Mondzimmerhalle und eine große Waffenkammer. Was steht an? Spuckt in die Hände, Männer! Hier, zum Angriff! Auf mein Kommando. Die Rune ruft! Lasst uns anfangen. Spuckt in die Hände, Männer! Oh, da kommen jetzt schon Zwergegeister. Hier. Ah, Feinde! Beute machen? Sie sind überall! Geht so in Gefahr! Stand halten, Männer! Verstärkt die Deckung! Kommt her! Schließt die Reihen! Auf mein Befehl! Das verreicht! Zur Ehre, Aonius! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando. Für die Rune! Schließt die Reihen! Die Linien müssen halten! Vorwärts! Auf mein Befehl! Zur Ehre, Aonius! Wir werden angegriffen! Fang nicht durch! Bereit! Mir nach! Vorwärts! So, die sind weg. Auf mein Befehl! Vorwärts! Und ja, ich sollte hier auch runtergehen. Hier kann ich besser kämpfen, als unter dem Torbogen, wo ich nichts sehe. Ich höre! Das wird ein Meisterwerk! Perfekt! Das Gebäude ist fertig! So, jetzt ihr... Was wollt ihr? Das Gebäude ist fertig! Buckt in die Hände, Männer! Ich werde erstmal das Späte errichten. Bereit! In die Schlacht! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Ja, ich sollte den Mosaikwächter loswerden, dass ich da ein Römer Eisen abbauen kann. Ja, für... Die große Waffencover bräuchte ich erst einmal was anderes. Deswegen muss erst mal die Mondsilberhalle hier halten. Shhh! Also, ein paar Krieger. Auf meinen Kommand... Die Schlacht! Ja, sofort! Weil hier, den Bereich können wir dann nutzen, noch für ein mittleres Haupthaus. Und für die anderen Gebäude, die uns da noch fehlen. Dann müssen wir halt gucken, wo Platz ist für ein großes Haupthaus. Weil hier haben wir alles mit der Nahrungsversorgung zugequetscht. Eine meiner leichtesten Übungen. So. Schließt die Reihen! Ja. Kämpft, Männer! Hier, schnell! So, die letzte Schweinezucht ist fertig. Das heißt, Nahrung kommt rein. Auf meinen Zeichen! Schnell! Die Rune befiehlt... Versuch's! Zum Angriff! Vorsicht, Gegner! Ja. Vorwärts. Zu Befehl! Das Gebäude ist fertig. Auf meinen Kommand... Hier nach! So. Dann heißt es jetzt etwas Wagemutiges... Hohn unterwegs! Das finde ich jetzt nicht nett, dass du wegläufst. Stehe bereit! Verstanden! Hier! Mir nach! Lasst uns anfangen! Jetzt hoffe ich echt, dass ich vor dem... Mosaikwächter... Eine meiner leichtesten Übungen! Nein, bin ich nicht! Ein Überfall auf die Start! Stehe bereit! Jetzt die Frage, wenn ich komme und den Heiler haue... ob das da die Mosaikwächter anküsst! Ein Überfall auf die Start! Naja, haben wir gerade gleich ein arges Problem. Mein Hammer wird dich zermalmen! Mein Hammer wird dich zermalmen! Das Gebäude ist fertig! Spuckt in die Hände, Männer! Okay, ist vielleicht gleich mal so unpraktisch, dass wir den Heiler jetzt zuerst losgeworden sind. Was wünscht die Rune? Für die Rune! Das Gebäude ist fertig! Verstärkt die Deckung! Ja, das mittlere Haupthaus dürften wir da gerade noch so hinkriegen. Zu Befehl! Und verzüglich! Was wollt ihr? Und los! Schon unterwegs! Also was brauchen wir noch? Ein mittleres Haupthaus für Verteidiger und eine große Waffenkammer. Gibt es Arbeit? Oh, Brustpanzer! Das klingt irgendwie was! Wird gemacht! Nicht schlecht, nicht schlecht! So kann es mir jetzt noch... Das ist eine Schmiede, oder? Hier noch eine Schmiede hinsetzen? Da haben wir wenigstens zwei Schmieden. Scheiße! the